Servus und Willkommen zu einem weiteren Vlog Der erste Punkt, den ihr wahrscheinlich schon alle wisst, durch mein letztes Video Ab jetzt kommt auf diesem Kanal jeden zweiten Tag ein neues Video Alter! Der nächste Punkt, Gabriel und Lukas sind leider wieder gefahren War auf jeden Fall mega mega cool mit denen Wow, YouVlog, unbedingt abonnieren, liken, teilen Leute, wie ist eure Meinung zum neuen Magis Ice? Nur weil die da bunte Kieselsteine reinkippen, ist es nicht gleich geiler Deine Meinung? Okay, reicht schon Checkt auf jeden Fall auch Lukas Videos ab, die jetzt in den letzten paar Tagen online gekommen sind Und die Videos von Gabriel, da seht ihr noch, was wir sonst noch erlebt haben Ist auf jeden Fall ziemlich cool mit denen und macht mir auf jeden Fall nochmal Wem mir auf Snapchat folgt, der weiß, dass es so ganz cool ist Ähm, ja, als es jetzt ja schon lange im Herbst wird, war ich den letzten Tag draußen unterwegs gewesen Und habe richtig, richtig, richtig coole Shots vom Herbst gemacht Von so Bäumen und so weiter Das Ganze mit einer neuen Kamera gefilmt und so diese ganzen Aufnahmen seht ihr jetzt Manche Leute haben gefragt, warum haben wir ja was mit der Tone kommt Vor ein paar Wochen ist mir, wie gesagt, diese Tone abgestürzt Ja, dann habe ich sie zum DJI Store gebracht Dann wurde halt irgendwie so diese Firmware-Dings, Zeugs Ganze Sache wurde nochmal neu aufgesetzt Außerdem habe ich mir noch was für die Fernbedienung bestellt Womit der Empfang dann hoffentlich deutlich besser ist von der Drohne Der Empfang ging halt nicht mehr so weit und deswegen habe ich mir einen Antennenverstärker gekauft Weil mich in den Sommerferien ist mir hier, ihr seht es vielleicht, hier ist ein Nagel drin Da ist mir irgendwie eher die Fernbedienung runtergefallen vom Tisch Auf jeden Fall gut gemacht, Jubilern Definitiv nein Dann habe ich da einen Nagel reingemacht Und danach konnte man dann die Drohne wieder fliegen Allerdings ist dann der Empfang nach 80, 90, 100 Metern weg Da war ja weg der Empfang Ja, das waren auch die Punkte für heute Ich hoffe natürlich, euch hat dieser weitere Vlog gefallen Wenn dieser Fall gewesen ist, dann lasst mir immer ein Like da Abonniert den Kanal für mehr Dann verpasst nämlich gar nichts mehr Und ja, folgt mal auf Snapchat und so weiter und so fort Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim weiteren Vlog Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal